Alter! Was ist denn das da unten? Aber hier sind überall Cobblestone, hier waren schon Spieler. Uuuuh, Alter, Spieler! Hallöchen und Willkommen zu einer weiteren Folge von Titan 2! Hallo! Hallo! Aber ich musste anmoderieren! Feuerioza und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Teil 2 mit Earlyboy! Hallo! Ich hab mir einfach mal eine Moderation geklaut. Eiskalt war ich da. Eiskalt war ich da. Was soll das denn? So Leute, ich hab das Rätsel der Wupsi-Fan möglicherweise gelöst. Okay, wo? Wir werden es jetzt lösen, wir werden uns auf den Weg begeben, denn es ist nicht in der Stadt! Was? Wie ist es nicht in der Stadt? Es ist nicht in der Stadt! Woher willst du das wissen? Weil ein Mitspieler, ein Gegner, nicht Mitspieler, Gegner! Hat bereits die Wupsi-Fan gefunden, aber das Rätsel nicht gelöst! Okay! Also ich bin jetzt in der Mitte, können wir uns da treffen? Ne, kommt wieder dahin im Norden! Ich weiß nicht, wo wir waren Early, das ist mein Problem! Zur Brücke, warte, warte, das finde ich nicht! Da, wo die Mühle war! Weil ich bin jetzt auch in der Mitte! Ja! Oh, das ist nicht Early! Sieht fast aus wie Early! Hallo Early! Nein, du bist nicht Early! Egal! Stirb! Nicht Early! Wo bist du denn jetzt? Ich bin in der Mitte! Wo bist du? Da! Hallo! Hallo Mr. Unfähig! Hallo Kuchen! Hallo! Die kann man anziehen? Die fahre aus als Kopf! Ja, die Köpfe kannst du anziehen! Okay! Ich behalte den Kopf! Ja, ja, sieht cool aus! Würde man dich auch nicht erkennen! Das ist nicht Early! Nein, nein! Das ist nicht Early! Wir haben doch noch das Self-Invental, aber tun mal, Louis! Da haben wir doch noch mehr Platz! Ja, ein bisschen Platz hast du da auch! Ja, du hast da noch nichts reingetan! Hier ist ein Dispenser! Nee! Ist da was drunter? Ich gerade! Oh! So, pass auf, Louis! Wir müssen, wir müssen wo runter! Wir gehen am besten hier runter! Irgendwo, wo Wasser ist, wäre ganz nice! Oh mein Gott! Wir müssen uns echt beeilen! Da ist ein Enderman, den töte ich eben! Vorne war ein Enderman! Du hast ein Eisenschwert, du Arsch! Rate mal, was ich nicht habe! Genau, ein Eisenschwert! Ich will gerade weiter essen! Ich habe hier so Mais, so Mais... Keine Ahnung, Mais-Salat! Das ist eigentlich nur Mais! Und da habe ich schon eine Honig-Senssauce drüber! Das ist so lecker! Dann ist es ja kein Mais mehr! Dann ist es ein... Was weiß ich! Der Mais mit Honig-Senssauce! Nicht angucken mal, Louis! Wenn du dir anguckst, ist das Top-Hortet, der sich weg dabei! War hier schon jemand drin? Hö? Das hast du ja nie gefunden! Das habe ich schon von oben gesehen! Aber wir haben nicht sicher, ob hier schon jemand drin war! Wow! Hat sich ja echt gelohnt! Achso, das ist ein Kissen! Ah! Hier war doch gar keiner! Nimmst du die mit? Äh, was? Alles! Pfeile! Oh! Ein Sword-Hanel! Nimm den mal mit! Wofür brauchen wir die denn? Äh, kann man uns ein Schwert mit draus bauen mit von den Dingen! Von dem einen Mod! Ich habe so viel Zeug, ne? Wer schießt denn da die ganze Zeit, du Nervensäge? Verzieh dich einfach, Junge! So! Ist hier im Wasser noch irgendwas? Wir sind bei Vivo und Nina! Vivo und Nina! Vivo und Nina! Viele Leute gegrüßt! Ja! Habt ihr gut gemacht! Danke fürs... Boah, ich bin grad so ein bisschen im Stress, ne? Weil ich gleich hier nach, direkt eigentlich anfangen zu streamen, nehme mir nach einer Folge die Gefährten auf, ähm, und ich fange halt direkt nach die Gefährten an zu streamen, das ist mega stressig gerade! Voll das Chaos bei Ueli heute! Und bevor ich's wieder vergessen, ne? Leute, unten im Shop, shop.urli.tv gibt's ne Team Unfähig Mütze! Man ist sogar inzwischen schon ein Design! Wo bist du hin? Hier hinten! Was ist hier hinten? Hier drüben! Links oder rechts? Rechts von der Stadt, hier hinten! Hier drüben! Ich war doch da noch, ich bin hier aus dem Wasser rausgekommen! Schnell, schnell, schnell! Läuft so lange hoch, bist du irgendwann links unter so ne Schlucht durchkannst! Unter so nem Berg vor... Ja... Oh, ich hab noch nen Geheimnis befroren, Balooi! Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit Geheimnis zu finden? Tja und ich renn nur wie einen Trottel hinterher! Muh абсолютно! Ist SO falsch mit dir! Hallo. Wo? Ah, cool, das ist ein Fake-Geheimnis. Da hat nur einer sich gedacht, ach, da mach ich mal einen Knopf an die Wand. Und dann drückt da noch so ein Trottel drauf. Ja, hab ich geschafft. Du gibst doch zu, du hast da einfach nur das Ding dahingesetzt, um mir zu sagen, dass du reines und nett bist. Ja, ja, ich verstehe das schon. Ich kann übrigens noch einen Wolf spawnen, ne? Au. Stimmt, aber dann sollten wir genug Knochen haben, um ihn auch tamen zu können. Balui? Ja, die. Willkommen bei den Wupsi-Fannen. Wo? Oh. Aua. Und du bist sicher, dass dieses Rätsel niemand geknackt hat? Und dass das hier die Wupsi-Fannen sein sollen? Ja. Wieso? Ha! 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 Es hat noch niemand gefunden, Balui. Aber hier sind Fackeln. Ja. Das ist ja... Alter! Alter! Was ist denn das da unten? Aber hier sind überall Cobblestone. Hier waren schon Spieler. Wo sind wir denn gelandet? Alter Schmiede! Alter, mal Luik! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aber hier müssen doch schon Leute gewesen sein, Erli. Hier ist mein Cobblestone. Guck mal, hier ist ja keiner runter. Es ist keiner nach unten. Da unten ist lauter Erz. Guck mal! Da ist lauter Erz, Erli! Wir haben keine Eisen-PKs. Ich habe noch ein Eisen. Bauen wir uns jetzt noch unten. Alter, wie geil! Ah, da kann man runter springen. Zack! Ne! Hallo! Hallo! Das können wir nicht abbauen, Stein, ne? Das können wir nicht abbauen, ne? Ne. Scheiße. Komm schon, hier muss doch Eisen sein, Erli. Hier muss Eisen sein. Irgendwo. In den Wänden. Wir müssen deren Schatz finden. Die haben wir noch einen Schatz? Wupsi-Fan, da oben ist ein Wupsi-Fan. Oh, geil! Kommt, da ist immer ein Wupsi-Fan drin. Oh mein Gott. Guck mal, hier ist die Mitte. Wir sind ganz unten schon auf... Sind wir schon auf der Bedrock-Ebene? Nein. Nie im Leben. Hier war einer, Erli. Guck mal, hier ist die Kiste schon offen. Hier war der Wupsi-Fan-Schatz. Zack, Wupsi-Fan-Schatz. Ja, scheiße, wer war denn hier? Nein. Aber hier ist ganz viel Zitrin. Ja, wir haben nur leider noch keine Eisen-Pick-Ecks. Wahrscheinlich hatten die das gleiche Problem. Ich gucke mal ein bisschen rum, ob ich hier Eisen finde irgendwo. Ich glaube nicht. Sonst gehen wir einfach... Schade, das hat schon mehr gelöst. Aber richtig coole Dinge. Ja, Alter, wieso bauen die sowas? Ist vielleicht oben bei den Wupsi-Fan noch irgendwas? Das weiß ich nicht. Ah, da haben sie schon einige auch hochgebaut. Ich sehe das schon hier. Was steht denn hier? Hier steht was. Hallo. Matt. S und Matt. Du weißt, wo wir hergekommen sind. Erli, hier waren schon Spieler. Hier ist ein Iron Fernand. Ich klau mir den jetzt. Oh, geil. Nimm den mit. Ja, eben. Hallo, guck mal. Hier ist ein Wupsi-Fan. Den darf ich doch jetzt einfach einstecken, oder nicht? Steck mir den ein. Wupsi-Fan. Meiner. Hui, hallo. Nicht den Wupsi-Fan. Wo bist du? Ich bin hier unten gerade und habe den Typen, der auch immer hier war, den Eisen Fernands geklaut. Was? Boah, die haben hier ganz viel Zitrinen schon abgebaut. Okay, okay, okay. War da noch was drin? Nee, nee, leider nicht nur Kohle. Die habe ich auch eingesnackt. Wo bist du denn? Ich bin hier unten am Rande der Map gewesen. Da oben ist eine Kiste. Nee. Kürbisse sehe ich nur. Man sieht hier halt überall immer nur, also ich bin jetzt wieder in der Mitte. Wir brauchen Eisen early, das ist unser Problem. Da hinten warst du. Ah, ich sehe dich. Komm mal, Balou, ein Wupsi-Fan. Ein Elefant mit riesengroßen Augen. Also Baby, Mini-Elefant. Süß. Nimm ich mir das unser Maskottchen. Lass uns mal lieber überlegen, wie wir... Ah, hier ist ein Gang. Hast du den schon gesehen? Ja, den hat er gebuddelt. Nein. Da sind Bilderrahmen und alles drin. Wo? 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 Aus der Richtung, wo du hergekommen bist eigentlich. Warte, warte, warte. Ich sehe dich nicht, ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Hallo? Ähm, warte. Hier. Da. Schau mal, einer guck. Ja, noch sechs Minuten, Baloui. Ja, okay. Aber hier war auch einer. Schade. Hey, hier. Ja, hier können wir vielleicht buddeln, um ein bisschen Eisen zu finden vielleicht. Hier sind... Hier ist Redstone. Ich gehe mal weiter, ja? Ich gucke mal, was hier noch so ist. Noch mehr von dem gelben Zeug. Mine. Ah, ich habe Eisen gefunden. Okay, ich habe schon mal ein... Aber hier ist Lava überall. Warum muss überall, wo man was brauchen, kann auch Lava sein? Okay, das müssen wir da mal eben zubudeln oder so. Wir haben noch keinen Eimer mit Wasser, ne? Ja. Wir wissen, was hier hinter ist. So. Okay, ich habe genug Eisen für eine Eisenpick X, Early. Und wir haben schon einen Iron Furnance, alleine den herzustellen. Ist teuer. Boah, die Leute, ne? Die, die den da hingestellt haben, die werden so ausrasten. Dass der weg ist. So toll ist er doch gar nicht, oder? Iron Furnance? Oh, ich brenne. Ja, stirbt mir jetzt noch, bitte. Irgendwo Wasser? Ne. Das fände ich jetzt echt super, wenn du jetzt noch sterben würdest. Konnte der Iron Furnance schon verdoppeln? Nein, das konnte erst der Diamant... Balui, 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 Balui! Balui! Oh, ein Herz. Du bist so unfähig. Junge, du bist so unfähig. Konnte der Iron Furnance schon irgendwas Besonderes? Ja, dabei kannst du halt die Citrinoco einschmelzen. Ja, aber der konnte noch... Mach mal eine Eisenpick X. Kannst du auch. Nein, der kann noch keine Erz, aber doppeln. Das wollte ich wissen. Kann er nicht. Ne, das kann nur der Diamant. Ja. Was brauchen wir dafür? Erstmal gucken. Furnance. So. Und zwar kostet... Diamant und Obsidian. Boah. Okay, aber der Iron Furnance hätte auch schon mal 8 Iron gekostet. Die wir aktuell nicht haben, ja? Ja. Die wir jetzt nicht mal an einem anderen weggesnackt haben. Dann bauen wir schnell jetzt hier noch das gelbe Zeug ab. Mario, davon bauen wir noch ein bisschen was ab. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Hier so viel Zeug. Machen wir dann erstmal... Ich würde sagen, bei den Wupsi-Fanten so viel von dem Zeug. Jetzt machen wir uns da erstmal ein Komplett-Set von. Ja. Wogegen sind wir immun gegen Gifte, ne? Ich muss nochmal gucken. Äh, nochmal in die Konfi lesen, was da drin steht. Darüber, ich weiß es nicht mehr so genau. Boah, was ist denn los hier mit der ganzen Lava? Ja, ne? Das ist überall Lava. Ich würde gerne die Nether rüsten. Ich würde gerne gucken, was hinter der Lava ist. Da müssen wir mal in den Nether. Ich habe noch mehr Eisen gefunden. Sehr gut. Boah, ist das geil. Ist das geil, Balui? Wofür brauche ich die Sword Handle? Ist die überhaupt irgendwas? Ja, aber kannst du das Schwert bauen. Oh. Du brauchst die, um das Schwert zu bauen. Magst du mir mal zwei Citrinen-Ingitz da rein schmelzen, bitte? Oh nein, jetzt habe ich mal meine Kohle weggeschmissen. Du musst ja auch den Ofen wieder hinbauen. Ja, ja, ja. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Schmeiß mal schnell zwei Citrinen rein. Und wo ist die Kohle? Du hast sie. Ah, ich habe gleich ein Citrinschwert. Ich habe gleich ein Citrinschwert. Ich habe gleich ein Citrinschwert. Soll ich dir auch eins machen, Early? Ja. Und ich brauche noch Brust und Hose. Ja, toll. Davon brauche ich noch alles. Schneller, schneller, Ofen. Mach schneller, mach schneller. Unsere Folge ist nicht mehr so lang. Wir haben noch 2 Minuten und 24. Ja, ich sage ja, ich feuer den Ofen schon an. Das Wortstil. Aber die Netherrüstung und Co. Wäre, glaube ich, am besten für uns, oder? Ja, wollen wir in den Nether gehen oder was? Weil erstens, nee, ich meine die Netherrüstung. Nein, aber jetzt mal ohne Scheiß. Wir können ja theoretisch jetzt erstmal in den Nether gehen. Ja. Weil es wäre einfach am einfachsten. Weil die Sache ist einfach, die Netherrüstung, erstens mit dem Schwert können wir Leute anzünden. Mhm. Und wir können, ja, mit der Rüstung, wir sind halt feuerimmun, was ganz cool ist. Das heißt, Feuerzeuge machen uns nichts. Und wir können halt Leute anzünden, was verdammt geil ist. Aber das Erz gibt es halt nur im Nether, ne? Da müssen wir halt ein bisschen im Nether fahren. Ja, das ist klar. Und wir sind natürlich auch findbar im Nether, das ist ein bisschen ein Problem. Können wir uns aus dem Nether ein Portal raus machen? Also sollten wir uns irgendwie... Weiß ich nicht. Du weißt schon. Ich würde es gar nicht erst versuchen. Weil nachher landest du in der World Border und Perrechte oder so. Stimmt. So, ich habe unsere Schwerter. Wir haben noch 1 Minuten 33. Sobald der Countdown kommt, komme ich zurück. Ich habe jetzt 8. Was wollte ich wegschmeißen? Meine Steinpicke wollte ich nicht mehr haben. Die Wupsi-Fanden geben uns Kraft. Wie? Hallo Fledermaus, verpiss dich. Ja, die Wupsi-Fanden, die bringen uns Glück. Ach so. Ja, ja, klar. Man hätte so gerne den Schatz gefunden. Wer hat den Schatz gefunden? Schreib es mal in die Kommentare. Ja, würde mich auch interessieren. Was schmeiße ich noch weg? Das brauchen wir nicht mehr. So, so Freunde. Haben wir denn hier noch irgendwas Cooles? Irgendwo hier in der Minenschacht? Oh, hier ist noch ein bisschen Zitrin. Ich habe 14 Zitrin. Die Mine ist ziemlich... Aber hier waren schon Leute. Ziemlich verschachtelt. Okay, in einer Minute werden wir gekickt. Kommst du? Ich baue das hier noch schnell ab. Hier ist noch ganz viel. Das nehme ich da mit. Zip und zip. Ich komme. Wo sollen wir uns überhaupt verstecken? Ähm, keine Ahnung. Ich würde sagen, einfach mit einem Gang, oder? Ja. Wenn du das sagst. Oder kannst du was bauen, was das so ein Zubauen können? Hä. Nichts seriöses. Schon zu spät. Mach mal eben schnell das Clean Zone. Clean Zone, ganz schnell. Ist zu spät. Das schaffe ich nicht mehr. Tut mir leid. Walui, pass auf. Wir werden in 15 Sekunden gekickt. Hier ist das Schwert. Dann bittst du mir das jetzt noch. Verhalten das erst mal. Verhalten das erst mal. Walui, das ist dumm. Gut. Ja. Gott, ihr Lieben. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Wir haben das Geheimnis der Wupsi-Fanten gelüftet, aber irgendwer auch noch. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr Deutsch nach oben gebt. Und Walui nimmt den Rest. Sehr abgesehen. Ich wollte gar nichts mehr sagen. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.